LUTO Kannst vergessen Schatz Das hat irgendwie dieses Film-Grain, ne? Das ist glaube ich in Unreal Engine 5 gemacht worden Oh, das ist schon schön Was haben wir hier? Ein kleines Äffchen von Baby würde ich sagen So richtig cool die Texturen und so LUTO tatsächlich so unter anderen Spielen So ein Spiel Auf das ich mich in diesem Jahr freue Hier Ah Was soll das denn? Ah, Deaths Dystopia Ach, das ist kein W, okay Was haben wir hier sonst so? 2011 Routine Huh Hier scheint es dann entlang zu gehen Wir schauen mal kurz hier drauf Drawing of a door Drawing of a door with broken bars Huh Oh Inventar Ah, okay Gut Oh Oh Uh Unten oder was? Komme Kann noch schneller laufen Achten Hey How are you? I'm good Are you doing better? Are you doing better? Yes I'm doing better It's been a while since You know Yes sir You can come over And we can just Shebang a little bit But of course If you need me Just say something I need you Okay? I'll come and get you So Please Don't be a stranger What? I need you I Need you Uh Ja, wir haben ihre Nummer nicht Um Wie war dat? 0 100 80 5 4 6 4 6 4 6 Scheiße Ich muss 6 Hotlines Kannste wieder anrufen Ähm Okay, cool Ähm Wie weit kommen wir hier? Was nu? Hallo? Hallo? What the fuck? Was soll das denn? Was ist das denn schon wieder, ey? Kannste doch nicht machen Okay, aber wenn wir schon mal hier sind Zack Und bitte? Easy Kurz mal ein bisschen was am Mikro gemacht, weil das schnarrt mir so am Ende so ein bisschen zu blöd Ich hab das jetzt ein bisschen runter gedreht Hallo? Hallo? Is there someone? Someone? Hallo? Da fällt mir ein Ich hab auf Twitch noch gar nichts umgestellt, oder? Steht bei Twitch noch Dings? Ja, steht jetzt noch Ähm Luto Okay Okay Zoom Ne Ne What the fuck? Das Spiel Dieses Spiel zerfickt meinen Computer Ich sag's euch, der explodiert heute noch Holy shit Holy shit Was soll das denn? Was soll das denn? Ich trau mich gar nicht rein zu zoomen hier Was haben wir denn da? Es fehlt ein Bild Okay, wir nehmen mal so das dort The path is open Okay, und was haben wir hier? Hier fehlen also auch noch drei Bilder Gut, wir kommen wieder Oder wird das dann so ein Nein, das wird keins Okay, gut Weiß ich Bescheid Gremlins Juhu Und wer bist du? Kenn ich nicht Hm Dort kommen wir nicht lang Help F für Funzel funktioniert nicht? Hm Ich hab gesoomt Zoom 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 Wopor Wooh 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 Hm Das funktioniert so nicht Joach Ich inequalities gerade her. Was ist das denn für ein Grafikfehler? Gut. Gehen mal weiter. Oh, wir können ja die Funzel hier aufheben. Oh, Taschenlampen. Dinge. Rotate. Pickup. F für Funzel. Aktiviert. Oh, das sieht schon echt gut aus. Das gefällt mir. Schränke können wir nicht drauf machen. Okay. Wie groß ist denn bitte dieses Haus? What the fuck? Was soll das denn? Das ist ja mal mega krank. Okay, es geht nach oben. Ich würde gerne unten erstmal ein bisschen abgrasen. Dementsprechend laufen wir mal ein bisschen schneller. Diese Tür ist... Wait. They are no longer here. Okay. Na gut. Ähm. Hm. Hm. Wie sieht es hier aus? Diese Tür kriegen wir auf. Wir haben sogar ein Bild. Was ist da? Wer hat denn dieses Haus gebaut? Was war denn das für ein Innenarchitekt? What the fuck? Okay. Das scheinen vielleicht zwei Personen zu sein. Drawing of a blue gift. Nehmen wir mit. Auf jeden Fall. Okay. Wahrscheinlich müssen wir eine Kassette finden. Eine gute alte VHS. Das ist... Alright. All right. Puh. Oh. Wir brauchen noch einen von diesen Kreisen, I guess. What is this game about? Actually, hello. First. This game is about I think a personal problem. I think all of this is happening in the head of the protagonist that we're playing. So, yeah. I think this is all just in his head. Because we just had this call with his girlfriend or a woman that said, if you need me, call me. And don't be a stranger. So, yeah. I think that's all just in my head. All those chains. Probably some trauma that we need to go through. I would say. And nice to have you here. I'm actually pretty excited about the final product because we're playing the demo at the moment. and the architect of this house was a total sicko. It's crazy. Um... I'm lost. Help me. There's no escape here. Seek help elsewhere. Okay. Another riddle. Let's see. Oh, I need to check something real quick. So. There we go. What? Hey. Oh. 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 Interesting. Help me. Help yourself. Please do it. Excuse me? Hello? Hello? Hmm. What? Ähm. Hello? Hmm. Wer ist da? Das ist mein Haus. Ich weiß... Ich drehe dich, Alter. Ich mach dich kaputt, Freundchen. Okay. Be careful with this place. It's easy to get into. Okay. What? Oh, this looks beautiful. Hmm. Oh! Oh! Oh, okay. Let's see. Wie weit geht das? Okay. Also sind wir von... ...hier von gekommen, oder? Oder von hier? Hm. Doesn't work. Puh. Hm. Well, well, well. Oh. 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 Sind wir jetzt in der Anderswelt? 522. Things he likes. Movies, drawings, dinosaurs, horror, boys, pain, his dog. Also wurden wir beobachtet, als wir ein Kind waren. Read. That's what I remember. That's what I remember. He wasn't drawn anything original for a long time. He just draws the movies he likes. Over and over again. I still don't understand why he keeps drawing like that. But it doesn't match his age. He seems stuck in the unreadable past somehow. He looks happy, but why? He's been left alone and no one is paying attention to him. After all... He's been through. He should be crying. That's what I remember. Okay? Um. Hm. Selfish. Ungrateful. Ungrateful. He keeps looking at me. I trusted you. The divorce was your fault? Sissy boy. He dicks. Hm. No one wants to play with you. Every... Wait. Every time I look at you, you are happy. Why? It's not what I remember. Why I hate you. Oh. Aber wer hat uns denn beobachtet? Hat uns... Ein Dämon beobachtet. Hat uns ein... Wo sind wir? What the fuck? Ah, okay. Wir sind wieder hier. Hm. Oh, also... Konnte er ihn sehen? Und hat das dann gemacht, um nicht mehr gesehen zu werden. Quasi in seinem Spielzimmer. Denn ein Bett ist nicht hier. Hm. 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 Ich würde sagen... Das kommt vielleicht hier hin. Das dorthin. Okay, eins brauchen wir noch. Wir können noch nach oben gehen. Wir waren hier drin, ne? Und hier kamen wir nicht weiter. Genau. Da brauchen wir die zwei Kreise für. Puh. Do not stare at me. Okay. It's all right. Aber kommen wir dann hier nicht jetzt rein theoretisch? In so einen Endlos-Loop? Ich habe uns jetzt einen Shortcut geöffnet, glaube ich, aber... Hm. Hier kam er raus. Hm. Gut. Äh, wir gehen mal wieder zurück. Wait, was ist kürzer? Hier lang. Deswegen hat er auch hier geschrieben. Stop watching me. Okay. Hat er als kleines Kind geschrieben und wusste halt nicht, dass, ähm, wenn man das von der anderen Seite sieht, dass es halt gespiegelt ist. Hm. Trotzdem smart. What? Okay, wir gehen mal nach oben. Das ist auch eine Tür. Die Eye. Ich kann gerade... Oh doch, ich kann. Hm. Hier ist noch mal ein Auge. Warte, kommen wir jetzt da drüben raus? Tatsächlich. Wie cool. Hier sind die, die ganzen vorerst... ...die über uns gemacht werden, würde ich gerade sagen. Die Frage ist... ...kommen wir jetzt hier durch? Nein. Hm. Interesting. Das sieht so cool aus. Die Frage ist jetzt... ...wo gehen wir jetzt hin? Ähm... Die Frage ist jetzt... ...wo gehen wir jetzt hin? Da. Ah. Vielleicht können wir jetzt anrufen. Ich möchte mal etwas testen. Das ist die Nummer. 0 7 4 5 2 2. Das ist gut. Die Frage ist hier. Dann kommen wir jetzt auf." Ist das vielleicht eine Nummer, die wir anrufen können? 074522 074522 074522 074522 074522 074522 084522 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 Wir brauchen immer noch hier ein Emblem oder irgendwie sowas. Hier wieder typisch Tabletten. Immer so irgendwie. In einem Traumahorrorspiel sind es meistens immer Tabletten. Und psychische Probleme. Gehen wir noch mal kurz nach oben. Hat sich vielleicht was geändert oder? What? Ich hab einfach auf die hier Dings gedrückt. What the fuck? Your dream is falling. Und das kommt wahrscheinlich jetzt hier auch nochmal. Your dream is falling, your dream is falling Your dream is unreadable, falling Your dream is falling Okay, wir nehmen es einfach mal mit Okay, die Kassette können wir unten aufheben Denke ich mal F für Funzel Wir können nichts anderes mitnehmen, würde ich sagen Ach gut, alte VS Gott, was haben wir damals für Filme aufgenommen Terminator, kann ich mich noch dran erinnern Etc Das war schön Oder meine Lieblingssendungen, wenn ich es nicht geschafft habe Nach der Schule irgendwie Rechtzeitig nach Hause zu kommen Okay Okay Jetzt muss ich bloß mal kurz Überlechen Ach hier Okay Da hinten Hier rein Dann können wir uns da Das Video angucken Oh, okay Da ist ein Dreieck Unter diesem Kästchen ist ein Dreieck Da war ein Geist Das ist das blaue Geschenk Gut Das eine war glaube ich hier Das ist doch Ich sehe es doch Hä? Pick up Und das andere Hier kann man sowieso noch nicht durch Gott, jetzt klippert das hier auch noch Ei, 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 ei Hm Ne Quatsch, wir sind hier fertig Und falsch Tatsächlich Wir mussten runter Wir mussten runter glaube ich Oder? Das war doch unten Dieses Kästchen Wir bräst wieder hier sprüht Damit es hier nicht so muffig riecht Ähm Was? Fuck Oh, no, 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 no. Nein. Okay. Nothing. Nothing. Look up. Nothing. Das ist wirklich nichts. Ja, ich denke halt wirklich, dass das wieder so ein Spiel ist, das im Protagonisten Schädel spielt. Oh, na toll. Oh, boy, oh, boy, oh, boy. Schauen wir mal weiter. Oh, kein Scheiß hier. Äh, was? Warte. Hä? Also, wenn das mal kein Geist ist, ne? Weiß ich auch nicht. Ich geh kurz hier lang. Wir kommen hier nach unten. Hier ist was eingestürzt. Diese Tür geht auf. Shortcut. Shortcut. Okay. So kommen wir wieder. Mhm, 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 mhm. Sehr schön. That's something good. Jetzt müssen wir bloß gucken, dass wir hier irgendwie einen Rest noch finden. Bitte. Chill, bro. Okay, hier haben wir das Kästchen. Ich hab keinen Code dafür. Okay, dort ist Licht an. Ein Zettel. Oh, das letzte Bild, oder? The Drawing. Was? Oh, ich weiß, wo wir sind. Da hinten haben wir angefangen. Huh. Oh mein Gott, wie gut ist das denn gemacht? Schnell weiter. Okay, hier haben wir wieder das Äffchen. Das haben wir doch eben gesehen. Geiler für sechs. Hm. Oh, wenn ich doch jetzt den Code hätte. Kriegen wir den denn her? Was? Holy shit. Okay. Wo? Wo? Wo kriegen wir den Code her? Vielleicht von hier? Da hat sich nichts verändert. Okay. Ich würde dann sagen, das geht da hin. Irgendwas ist passiert. Was war das? Oh, die Tür ist offen. Okay. Sehr schön. Was passiert? Wir haben angegriffen. Nein. Das dachte ich mir doch. Wir sind doch nicht draußen. Ich bin euer Heiland. The Choice. Huh. Ich komme noch mal wieder. Ganz gechillt. Ich bin gleich wieder da. Ich muss noch schnell einen vierständigen Zahlencode finden. Und dann geht's weiter. Hm. Kann ich die Nummer nochmal anrufen? Ich habe die Nummer vergessen. Warum gibt's denn hier keinen nochmal anrufen-Button? Okay. Ich würde gerne nochmal die Nummer anrufen. Vielleicht sagt man uns jetzt was anderes. Vielleicht gucke ich mir aber auch einfach nur nochmal... nochmal... New Film. 074522. Also... Ich bin... mit mein kleinen... ...Ein... ...ein klein... ...ein klein... ...ein klein... okay das bringt mir hat nichts um hier rein zu kommen kriegen wir halt das aus der box aber was für ein code benutzen wir dafür können wir hier nochmal den haben wir da ist die box genau 7 2 5 7 2 5 habe ich eine nummer vergessen davor irgendwie nicht mitgekriegt oder was 1 7 2 5 ok 1 7 2 5 das merken wir uns und wir schreiben es nicht auf 1 7 2 5 ganz bestimmt ganz bestimmt habe ich vergessen wenn ich davor stehe 1 7 2 5 kommen wir spritzen ins gesicht 1 7 2 5 1 7 2 5 so kann ich es mir besser merken wenn ich es singe tatsächlich 1 7 2 5 hey 1 7 2 5 ja roland das ist ein song den habe ich jetzt im kopf den singe ich dir nachher vor 1 7 2 5 1 7 2 5 ja da haben wir den schlüssel yeah yeah let's go ja zum einschlafen das war die tür nicht ich also ich furze nicht okay wir gehen hier ran hier geht das nochmal runter ja ja du sollte nicht da gehen oh personal trauma sorry 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 oh haben wir irgendetwas schlimmes gemacht jemanden verloren oh man persönliche traumata sind scheiße auf ne ganz bestimmte weise angst 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 Natürlich, die zugemauert wurde. Ich hab das Gefühl... Oh mein Gott, hab ich mich vor der Scheiß-Chain ver... Oh, hab ich mich erschrocken vor dem Dreck. Oh, Junge. Oh. Junge. Auf zu lachen. Das ist das Geschenk. Blue Gift. Okay. Ja, wir gehen trotzdem mit der Frunze rum. Just in case. Ähm. Hm. Ich laufe mal ein bisschen schneller. Ich... hab mich verlaufen. Hm. Hier lang? Oh, Kandos. Sehr, sehr schön. Dann einmal hier durch. Tschüss. Okay. Okay, wir sind hier. Ja gut. Hübsch. So. Welche Seite nehmen wir? Rechts oder links? Ihr entscheidet. Ach ja. Hm. Oh. Hm. Tja. Welche Seite nehmen wir? Das entscheidest du mal schön selbst. Okay. Ich habe das Gefühl, dann ist die Demo schon zu Ende. Aber na gut. Hier. Was ist denn das für eine Verarsche? Mit Richtung. Help. Help me. Only one way. Oh. You little shitty wall. Was it a lie? Was eine Lüge? Hast du gewonnen? ist da ein weg die eine chain hier, die ist ein bisschen ist ein bisschen komisch ist ein bisschen wobbly help, help, help help me choice choices, choices decisions, choices, choices help, choices there was no choice there was no choice choices, help choices and decisions na gut first word is you need to lass uns mal weiter gehen hier did you get it? was? was soll ich denn jetzt gegettet kriegen? also was soll ich denn jetzt gerafft haben? wir sind wieder hier wir haben hier wieder das kleine Äpfchen hä? 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 waaat? waaat? wat 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 wat? ich würde gerne mal zum telefon gehen ich hab die nummer vergessen ich wollte da gerne nochmal anrufen schimb uh � huuuuuiuiuiami ujuiuiui hm hhmm uh Okay. Sie ist es. Yes, I did. Oh shit, Snacks. Yo, wir kommen hier nicht durch. Und dann sind wir gestartet. Oh, du kleines Miststöck. I warned you, ich hab dich gewarnt. Thanks for playing. You can add Luther to your wishlist. Now, hab ich schon getan. Hm. Ja. Haut's euch in die wishlist. Das wird lustig. Freue mich. Ich hab keine Ahnung, wann's rauskommt. Aber das sah doch schon mal schnuckelig aus. Tatsächlich sehr schnuckelig. Hat mir gefallen. Hm. Jo. So. Dann würde ich mal sagen, gehen wir hier raus. Und, äh... Und, äh... ... ... ...